Das ist korrekt, aber mit 1 Mbit kann man auch nicht, also wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich mein Video-Codec auf 1 Mbit pro Sekunde stelle, habe ich kein Upload mehr und manchmal möchte man ja auch Multiplayer-Spiele spielen und nicht irgendwie... ...einen Drecks-Ping haben, dass gar nichts mehr funktioniert. Daher bekommt man da ein bisschen weniger und dementsprechend ist dann die Qualität auch ein bisschen schlechter. Was genau meinst du mit Upload hochstellen? Was genau meinst du mit Upload hochstellen? Was genau meinst du mit Upload hochstellen? Untertitelung des ZDF, 2020 Meins einfach quasi die K-Bit-Zahl im Codec in der Video-Qualität hochstellen Wie gesagt, aber dann habe ich ja weniger von meinem Internet Und so ein bisschen wollte ich dann auch noch davon haben und nicht nur für das Stream ausgeben Aber vielleicht ein bisschen kann ich es noch hochstellen, mache ich dann beim nächsten Mal Aber wenn ich dann Multiplayer-Spiele spiele, muss ich es dann wieder ein bisschen runter machen, glaube ich Weil der Ping sonst echt hetzend ist Ja, die Frage ist, ob das jetzt an der Auflösung liegt Dass du nichts erkennst Oder tatsächlich Einfach an der An der K-Bit-Zahl quasi An der Datenrate Nun ja, dann auf Wiedersehen An der K-Bit-Zahl Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Meine Güte, wo komm ich denn dahin? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. 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 Okay.